Herzlich Willkommen zurück hier bei Pomancer vs. Zombies Garden Warfare Jetzt nochmal mit dem Gartenkommando Und dafür warte ich noch auf eine Einladung die gerade kam Jetzt trete ich mal bei Ich bin bereit Bist du es auch? Gehen wir doch zu Herrn Jauch Ich glaube ich verlasse die Lobby gleich wieder Läuft jetzt ja nicht mehr so viel Bei Gärten und Friedhöfe und sowas Deswegen ist man glaube ich beim Gartenkommando besser bedient Genauer gesagt lief da gar nichts mehr Also wenn man zu dritt in der Lobby ist Dann wird es spannend Ja So Ich will endlich mal den guten Schnapper freischalten Es gibt so gute Schnapper Schokolade Ähm Dark Shadowmare Okay Ähm Wunderbar Ach ich glaube ich nehme wieder meinen Das ich vorher hatte das sah irgendwie cooler aus Ach die Map ist das Atomic Chucks Hier gibt es hier gibt es äther Aha okay Ja das sieht man So Das sieht irgendwie cool aus Bin dich so richtig Garten Garten Welchen Garten nehmen wir denn Äh okay Hier scheint noch ziemlich viel los zu sein Ja der Garten da oben Der ist gut Gut Ach cannibal Ich hab Hannibal Schokolade verstanden Ich hab am Anfang auch was Dann hab ich gedacht Ah was Ja ich hab halt überhaupt keine Pflanzen mehr Ja ich hab wieder ein paar Aber Die Jungs werden es richten Obwohl ne die richten es nicht Muss ich mal auf eigene Faust Eine Sonnenblume hinmachen Sonst hätten die ja sonst was hingepflanzt So Ja wir haben zwei Sonnenblumen eigentlich brauchen Wir brauchen keine Heilung in der Basis Ja Safety first So Da unten Gibt's Material Achso Was hab ich eigentlich für Herausforderungen Albtraum aller Spieler Lege jetzt weiter und bespiele her Das kann ich hier schlecht machen Wow Kommt doch her Okay So Nächste Welle Fünf Vier Drei Zwei Eins Los geht's Wieder von Da hinten Und von dort Aber dann bleibe ich doch Einmal hier Drüben Hier drüben Hier drüben Wart mal Wart mal Wart mal Wart mal Ah ne jetzt bist du gar nicht du Sust du wirklich BINK BIND EST Ah, den krieg ich gar nicht von hier. Sooo. Perfekte Welle. Du mit nem Zaubererhut. Ey, der Grenze. Den hat wenigstens sonst keiner, also die erkennt man wenigstens gut. Marathon. Oh nein, er die kleinen Kerten. Hm. Hm. Oh, der kleine Karten, der ganze Schnaubsmaul. Ja. Oh nein. So. Ich hab da mal ein bisschen gesäubert. War das gute alte MG. So. Ach, da drüben kommen auch noch ein paar Spitzies. Ach komm. Ach komm. Machen wir's so. Touchdown. Bonus-Ziel abgeschlossen. Das ist doch mal gut. Alle Gartengesundheit 100%, nicht schlecht, nicht schlecht. 1 zu 40. Auf normal. Ah, ja. Ja, wobei. Ja, wobei. Ja, ja. Wobei die Gartenposition hier eigentlich genial ist. Ja. Ja, es ist für mich ein bisschen kacke, weil ich immer die Treppen hochlaufen muss. Ihr könnt da ein paar Husten bringen, wenn ihr die Überfähigkeit habt. Aber ansonsten. Die, ja, na, na. Die können wir nicht jedes Mal anwenden, wenn wir da hoch wollen. Ja, aber ziemlich oft. Hyper, hyper. Ich vergesse immer, dass ich den Sonnenstrahl hab. So. Dungie, Dungie, Dungie. Hier, wer... Aha, okay, ja. Mal sehen. Die drei Fragezeichen. Mal wieder. Bildschirm, aber jetzt seh ich nix mehr. Ja. Ah, ja. Ah, ja. Das geht. Auf normal. Ich zeig nicht. Die Bosswelle. Oh. Schick. MG-Modus. Jiiiiiiiiiiiiihaaaaa. So. Da ist das nicht mehr. Ich hab' mein Däaoer da. oder? Ich hab'ste hin. Eine, zwei und eine, zwei, und drei. Achso, ich kann ja wieder. Jeehaa. And he is down. So, jetzt habe ich hier noch ein bisschen MG, aber nichts mehr zum Abknallen. Das ist schade. Ah, dann lassen wir es halt verkommen. Wir sind jetzt alle hier unten von euch. Ah, zum Glück bin ich zurück. Da oben ist gerade ein Zombie. Oder sind Zombies. Aber die kriege ich unter Kontrolle, die paar. So, die sind jetzt eigentlich auch schon wieder weg. Wer lässt ja eh gleich durch. Gut, gut, gut. So, ich bin da foge. 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 Ich bin da. Wo. Wow. Was ist nicht hier? Mist, verdrückt. Hm. Na ja, na ja. Ist das schon isken? Wow, Peloton. Ach, kacke. Warum hat es da 2. Mann, 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 Mann. Oh, das war ja ein bisschen... Hm. Was? Ich hab den ja gar nicht. Ich auch nicht, Brad. Schiddi. Jetzt wird es besser. Okay, erst mal den Garten gießen. So, da ist der Entslaut. So, da ist der Entslaut. So, da ist der Entslaut. Okay. So. Hm. So, da ist der Entslaut. So, da ist der Entslaut. Da ist der Entslaut. Oh, Mann, hat gesehen. Okay. Jetzt müssen wir mal hochgucken. Oh, hier geht es doch schon wieder rund. Wie ist der Entslaut. Die ist sich gegenseitig heiß. Das ist mir echt verspricht, das Ding. Sooo... So, jeder kriegt das der Heilung. Ey, du bist ja gar nicht voll. Komm her. Zombie, was wird denn das, wenn es fertig ist? Oh nein! Ich glaube, da kommen nur so bloß Klohäustchen-Typen. Oder fast, oder ziemlich viele. Und Pömpelman. Läuft eigentlich gerade ziemlich gut, das ist so allgemein. Läuft eigentlich gerade ziemlich gut, das ist so allgemein. Hallo? Hallo? Ahem. Nun. Ich habe gerade schon zielgerichtete Antworten und ist mir aufgefangen, dass ich mich immer noch gemütet habe. Toll. Ja, gell. Das ist mir jetzt tatsächlich zum ersten Mal passiert. Dass ich mich... Wunder mich auch mal die ganze Zeit. Ja, ja, ja. Das ist mir zum ersten Mal passiert, dass ich mich nicht mehr sozusagen entmutet habe. Wobei ich sagen muss, es ist schon seltsam, dass der Bildschirm so extra oft ausgeht. So nach dem Motto, am letzten Tag beweisest du nochmal richtig. Ganz komisch irgendwie. Wird sein, dass er wegkommt. Der nervt nochmal so richtig zum Showdown. Jetzt sind die Willis schon? Ja, das... ...ist in der Tat so. Ich habe aber ja auch vorher gesagt, wir sind gut dabei. Oder? Oh, nee. Letcher wird eine Superwelle. Sag mal, es ist eigentlich immer so, dass wenn die zwei Osten gleich sind, dass dann der dritte auch gleich ist. Na gut, bei mir war es ein bisschen ziemlich so. Irgendwie. Der Zufallsgenerator ist auch nicht so unbedingt. Ach, Mann. Also ich hatte es auch schon ein paar Mal, dass dann das dritte noch was anderes wurde. Okay. Ach, wie ich diese Vampire hasse. Ja, die sind extrem nervig. Ja, die sind extrem nervig. Vor allem spawnen die die ganze Zeit ihre Scheiße immer wieder. Oh, stört doch du dämlicher Emo. Ich geh das mal hoch. Musik von den Superossen halt geht irgendwie immer richtig geil. Ich geh das mal hoch. Ich geh das mal hoch. Musik von den Superossen halt geht irgendwie immer richtig geil. Boah, das ist richtig geil. Die ganze Zeit ist es Dracula oder was ist es in Spiel? Yeah, 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 yeah. Hey, was ist hier das? Na mal, ich denke mal, ich bin hier. Das ist nicht euer Arm. Oh, mein. Daher haben wir ihn. So. Wow. Ach Gott, hier sind es zwei. Aaaaahhhh Schatten Graus Komm komm komm, geh down, geh down, geh down, geh down, geh down Den einen hab ich Den anderen nicht Gut Ich hab den Kill gekriegt Hä, auf den in der Ecke hab ich mit dem MG drauf gehalten Ja aber ich hab den Kill gekriegt, genauso wie bei dem Und ich hab mit meinem Sonnen-Dinger da drauf gehalten. Oh du scheiße Emo! So. Komm schlapp dran. Oh da ist schon wieder einer. Wer? Achso. Scheiße Zombie. Huch! Irgendwie wurde... Alter, ich werd grad immer wieder zurückgesetzt. Hä? Ich werd grad immer wieder zurückgesetzt. Aber des Todes... So. Wurdest du grad auch ein paar mal zurückgesetzt? Wegen... also... Jetzt, jetzt wieder? Ja. Was war das denn grade, hellverdammt? Ich weiß es. Alter, das war wirklich am Arsch gewesen. Wie Hammer... Gut. Gut. Gartenverteidig! Ausgezeichnet! Oh nein, der BDF hat seine Schlüssel verloren. Ähm, wo ist die denn? Da hinten? Dann wird es Zeit für... Hyper Hyper! Ach, die ist ja schon da drüben. Hätt ich ja nicht Hyper Hyper wieder da... Naja... Yeah... Ja... 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 Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich so dilly oh mg mode Na ja, wir sind ja eh klar weg. Aua. Und die Topfpflanzen bleiben alleine. Tja ja. Hey, beide Bonusziele geschafft. Und mit diesem unglaublich guten Abschluss verabschieden wir uns aus der jetzigen Aufnahme-Session. Bis demnächst, hier bei Plants vs. Zombies Garden Warfare. Herr Astapok, guten Abend. Es ist unglaublich, da macht man eine Abmohnung. Waaaaas? Okay. Das war... Ja, ich hab gerade den Stickerpack aufgemacht, ich hab's net gehört. Okay. Also gut, dann würde ich sagen... Bis... zur nächsten Folge hier. Bei Plants vs. Zombies. Gar nur auf Errn. Tschüss. Tschüss. Tschüss.